Das ist unser nächster Programmpunkt. Natürlich gibt es ja euch hier mal die Möglichkeit mitzumachen bei Just Dance 2018. Das ist, sag mal, das ist klar, warum Ranty und Tomate sind auch da. Und für den ersten Insoft haben wir Special Guests hier bei uns auf der Bühne. Ihr wisst vielleicht, es gibt diverse Videospiele, denn nur wenn es europäisch gibt, TV-Kanäle. Und einer der bekanntesten in Frankreich ist die platyrische Version von Game One. Und deshalb haben wir hier die TV-Kittieses hier, zusammen mit Loro, der ist als Just Dance Star Player, also einer aus der Community. Das heißt, wenn ihr jetzt mal richtig da seid, seid ihr in dem französischen Game One mit so einem Pferd, dann hebt ihr Hände. Und das heißt, Loro als Star Player wird jetzt mal zeigen, was das kommt von Kitties, wird zeigen, ob sie auch gut Just Dance spielen kann, wenn es nicht mehr. Und ich war's, der Song ist Bruno Mars, 24 Games, die Fan-Tage, den kennt ihr alle, ihr seid herzlich eingeladen, mit zu feiern. Und wenn ihr bereit seid, sind wir jetzt auf kleinen Schleimapplaus. Und Leute, die TV-Kanäle, Just Dance. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020